Ja, genau das wurde geändert, Tamer. Aber das hat nichts mit Executen oder Nicht-Executen zu tun. Du kriegst beim Kill genauso viel wie beim Assist. Jetzt noch ein Patch. Und davor war es auch so. Nur halt doppelt zu viel auf Pike. Jetzt. Ja, aber das war vorher auch schon so Tamer, dass er genauso viel wie für einen Kill bekommen hat. Alter. Geh nicht gegen eine Wand? Ja, er hat vorher 300 bekommen und jetzt kriegt er bei Kill und Assist immer 600. Alter. Was ist das für das Verstehen? Er hat vorher bei Kill und Assist 300 bekommen und jetzt kriegt er bei Kill und Assist 600. Das hat nichts damit zu tun, ob er killt oder nicht. Lass mir doch den Kill, du Sau. Oh, oh, oh. Wunderbar. Oh, schön, ich hab's hier rausgeflippt. Leute, es ist wieder Get Rich with Coochie Time. Zack. Leute, ich sammle das Geld jetzt einfach. Ich lege das an. Ne, nevermind. Ich gebe es aus. So schön. Wir haben wieder 1600 Gold. Ich bin jetzt gefiedelt. Das macht Spaß. Ähm, da hab ich grad nicht hingeguckt. Brauch noch ein bisschen. Direkt. Ja, da meinst, ich hätt ein paar Ulten schon tatsächlich. Was ist die denn? Äh? Oh, schön, ich dodged schon hier. Oh, kriegen wir sie nicht? Oh, damn it. Scheiße, warum dodged sie nicht, Alter? Ich hab ein bisschen aufgehört, gecatcht. Give me that Gold. Das ist ein Ernst. Oh, schlucken die Heer. Schade. Da waren wir dann ein bisschen zu deep da. Warum verriert mein ganzes Team euch die ganze Zeit? Nein, sie hat noch geside-steppt. Vielleicht Ult. Ob ich Ult kriege, Leute? Ich brauch noch ein bisschen. Nice. Ja, was soll ich mit dem ganzen Gold, Leute? Was machen wir denn damit? Ich könnte ein Haus kaufen. Hm. Ich hab schon wieder 3400 Gold. Ein Ult executed bei 1000. Alle bitte einsteigen. It's the last trip. Kurde muss los, kurde muss los, kurde muss los. Mann, ey. Ich kann das nicht carry'n. Ein Ult hat, by the way, 12300 Gold generiert. Oh, no. Junge, wieder ich und Irelia. Die kann ich nicht töten. Das ist nicht ohne Ult. Oh, jetzt kann ich sie töten. Ja, beruhig dich. Ich buff nur die Minions hoch. Ja, beruhig dich. Ja, beruhig dich. Bis zum nächsten Mal.